Und jetzt schauen wir uns das Tarot an und ich fange jetzt mal an, ganz kurz, mit dem Bild von 2022. Also es ist jetzt kein Fehler, das habe ich für 2022 gelegt. Wir hatten hier die Sechster Schwerter, die Hohe Priesterin und die Gerechtigkeit. Und ich habe das damals so gedeutet, dass es eben darum geht auch, also Dinge fallen weg, man lässt Dinge zurück, man muss vielleicht auf eine Reise gehen, die einem nicht so gut gefällt und es geht darum, ins Innerste zu gehen und zwar wirklich so sich dem Spirituellen zu widmen und dabei aber auch ganz klar zu bleiben. Also diese Gerechtigkeitskarte, die hat auch so ein bisschen was mit Maß zu tun, also diese Klarheit, Gerechtigkeit und natürlich auch mit, Entschuldigung, mit Mars, mit Saturn zu tun, also dieses Unterscheiden. Und warum ich dir das Bild jetzt nochmal zeige mit dieser Hohe Priesterin, ist folgendes, weil ich eben fürs neue Jahr, fürs kommende Jahr, für 2023, folgendes Bild gelegt habe. Der Narren, den Turm und die Hohe Priesterin ist auch wieder dabei. Jetzt schauen wir uns zuerst einmal die Hohe Priesterin an. Das ist so eine Karte, also siehst du da jetzt im Bild, so die zwei, das ist so eine Frau, die sitzt da zwischen zwei Säulen einer weißen, einer schwarzen Säule, Boaz und Yachin, das sind die Säulen des Tempels von Jerusalem, Insiderwissen, aber ist jetzt nicht wichtig, und hält die Torah, also das heilige Buch in Händen. Und wenn du dir das anschaust, diesen Mond, dieser Halbmond, der zu ihren Füßen ist, und wie die Energie da jetzt auch gezeichnet ist, da geht es mit dem Mond, mit dem Mond, der sich nach oben öffnet, das ist immer Zeichen, du wirst, du öffnest dich für die geistige Welt. Wie öffnest du dich in deiner weiblichen Energie für die geistige Welt? Da kann ich dir eine ganz einfache Übung zeigen, zum Probieren, also wenn du mitmachen möchtest, mach mit, sonst sage ich es dir einfach, kannst deine Augen schließen, und wenn du dir so eine Sichel, so einen Halbmond vorstellst, und du stellst dir das jetzt einfach mal vor wie eine Schale, und du hebst diese Schale so rauf zu deinem Kopf, so dieses Halbmond-Symbol, dann wirst du merken, dass es eher nach oben zieht oder nach oben zu kribbeln beginnt. Probieren wir das mal. Also du hast eine Schale in der Hand, so eine Halbmond-Schale, und öffnest die nach oben hin. Sehr gut. Gut, dann atme mal tief ein und aus, nimm diese Schale, und jetzt drehe diese Sichel, diese Schale quasi, diese Monschale, zur Erde hin, nach unten. Du drehst jetzt einfach die Schale um, und hältst einfach die Schale nach unten. Und schau mal, was da passiert. Sehr gut. Du wirst wahrscheinlich merken, dass es entweder schwerer wird, oder eher unten zu kribbeln beginnt. Dann löst das Bild mal auf, atme mal tief ein und aus. Ein Halbmond, so wie es wir hier auf der Hohe Priesterin haben, der Halbmond, der nach oben geöffnet ist. Das ist einfach so die Öffnung zur geistigen Welt. Und die ist wieder ganz, ganz wichtig hier im neuen Jahr. Diese Öffnung zur geistigen Welt hin, zur Inneren, zur Intuition hin, ist wieder wichtig. Die war letztes Jahr wichtig, aber jetzt ist sie für mich noch einmal so ein ganz, ganz wesentlicher Teil. Weil wenn du schaust, da war sie so in der Mitte. Und da ist sie jetzt so im 2023er Jahr die Finalität geworden. Also das ist einfach so das Ziel, das kommt da raus. Das ist wieder so, geh zu dir, geh in deine, in dein Empfinden rein, in dein Wissen rein, dein inneres Wissen und in diese spirituelle Energie auch rein. Was heißt jetzt spirituell? Spirituell heißt einfach jetzt einmal nicht materiell, nennen wir es mal so. Was ist materiell? Materiell ist das, was gemessen werden kann, bemessen werden kann, wie eine Buchhaltung und alles Konkretes. Dein Haben, was da ist und geh da mehr jetzt so in deine Intuition rein. Zieh dich ein bisschen in dein Wissen zurück, in deine Klarheit zurück und prüf die Sachen, die da jetzt so auf dich zukommen. Schauen wir mal weiter im Jahr 2023. Was haben wir? Wir haben den Narren, den Turm und die hohe Priesterin. Und wie wirkt denn das mal für dich? Natürlich fällt da gleich mal so dieser Turm, also dieser Fall, dieser Reichen, wo der Blitz einschlägt. Das ist natürlich schon so ein Symbol, wo ich sage, okay, da geht es schon mal um wahrscheinlich Inflation, um den Wandel der Werte, was ich schon gesagt habe, mit Uranus im Stier. Und das ist nur dann so dramatisch. Man stürzt nur dann so ab, wenn man sehr materiell geprägt ist. Und das ist ganz, ganz wichtig. Prüf für dich, wie materiell bist du geprägt und wie frei bist du wirklich. Denn der materielle Druck wird größer, aber dieser materielle Druck ist kein echter Druck, ist kein Druck, der dich wirklich, wirklich beeinträchtigen kann, wenn du klar bleibst. Wenn du unter dem Schirm des Höchsten bleibst, im Schatten des Allmächtigen, wie es in Psalm 91 heißt, so wird kein Unheil dich treffen. Und das ist das Wesentliche. Bleib in deiner Intuition und du wirst anders durch diese Krise gehen. Du wirst da ganz anders durchgeführt werden. Also halte dich bitte da ganz klar an dein Inneres und halte nicht zu sehr an Äußerem fest. Wie es Christus so schön sagt, gib dem Kaiser, was des Kaisers ist. Und der Narr, was macht der denn in dieser Mischung? Dieser Narr hat so die, der hat den Kopf in den Wolken, der ist ein bisschen verspielt, der ist leicht, der wandert dahin, der sieht den Abgrund nicht. Der Hund warnt ihn, aber trotzdem geht er weiter und da wird dann immer gesagt, auch wenn er weitergeht, der wird nicht abstürzen, weil der einfach so spielerisch unterwegs ist, weil der halt einfach alles nicht so ernst nimmt. Und das wäre für mich so die Einladung, Humor, also flankiere diese Krise, ich nenne das jetzt mal so, flankiere diese Krise mit Humor und mit Intuition und dann wirst du unschlagbar sein. Dann bist du ganz klar, ganz in deiner Kraft und dann wird dich diese Not nicht so treffen. Also nur weil es heißt, die Not kommt, das heißt nicht, dass die Not dich so trifft. Das ist wieder individuell. Und Energie fließt immer weiter. Das ist nicht das Ende, sondern es geht weiter und ich denke, dass das auch wichtig ist, um neue Visionen zu schaffen. So wie ich jetzt hier sitze und da diesen Stream mache, das ist aus der Not geboren, aber das ist nichts Schlechtes. Das ist auch kein Drama, da weine ich auch nicht, sondern ich bin froh, dass es jetzt so passiert ist. Und genau diesen Wandel wünsche ich dir auch und ich denke, dass das auf uns zukommt. Auf jeden Fall, bleib einfach am Ball und wie kommt man am schnellsten durch Krisen, indem man nicht stehen bleibt und deshalb niemals stehen bleiben. Tschüss und alles Gute. Danke. Danke.